Wir sind auf der GamesCover und wir waren gerade bei drei Ständen. Die Spiele werden die demnächst wahrscheinlich sehen. Ich freue mich auf dieses Spiel sehr, sehr, sehr. Und wir kommen jetzt langsam für heute schon zum Ende. Wir werden jetzt zum ersten Treffen gehen. Mal gucken, wer es da ist. Ein Fan-Treffen. Wie viele haben Sie auch gemeldet? Ich glaube vier, fünf, ich weiß es nicht, wie viele jetzt ganz genau heute kommen werden. Aber ich bin schon sehr gespannt. Und ja, heute geht es zum Glück. Wir haben ja heute eine Abendkarte und es ist nicht so toll. Und das ist sehr angenehm. Ja, wir schauen jetzt noch ein bisschen Robo an. Wir kommen jetzt zum Treffen. Bis später. Wir machen jetzt hier unsere Stichkette. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020